Ich freue mich total, dass ich am 14. September 2019 als Obmann von Landschaft Leben dabei sein darf, wenn in der Messe Salzburg von Bewusst Gemeinsam Leben der erste Lösungskongress stattfindet. Von ganz Österreich kommen da die Leute zusammen und genauso dürfen die wie ich dabei sein, als Mitgestalter, als Redner, aber auch als solche, die etwas mit heimnehmen, um unseren Lebensraum, unser Österreich gemeinsam besser zu machen. Und wir von Landschaft Leben sind ja österreichischen Lebensmitteln auf der Spur, aber wir schauen uns nicht nur an, wie Lebensmittel produziert werden, sondern wir schauen genau darauf, wie hängt das alles miteinander zusammen. Von Bauern, von der Landwirtschaft angefangen, vom Grund und Boden bis hin zum Supermarkt. Und das Ganze wird sichtbar am 14. September. Ich freue mich auf ein gemeinsames Kennenlernen. Danke.